Worüber schimpfen die Alten? Naja, über die Jungen. Und worüber die Jungen? Richtig, über die Alten. Und genau darum machen wir heute eine Folge darüber, warum in der Regel beide Unrecht haben. Hier ist Moreno Plus 1, der Interview-Podcast Der Spiegel. Mein Name ist Juan Moreno und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Laber-Podcast zu machen. Heute ist bei mir Rüdiger Maas und er würde das vermutlich nicht über sich selbst sagen, darum sage ich es. Er ist Deutschlands bekanntester Generationenforscher. Maas ist Psychologe, Autor mehrerer Bestseller und Leiter des Augsburger Instituts für Generationenforschung. In der kommenden Woche erscheint sein neues Buch Generation arbeitsunfähig. Sein letztes Buch beschäftigte sich mit den Nachfolgern der sogenannten Gen-Z-Generation, nämlich mit der sogenannten Generation Alpha. Also der Generation, die zwischen 2010 und 2025 geboren bzw. noch zur Welt kommen wird. Wenn es etwas gibt, was sich konstant durchzieht, wenn die Alten über die Jungen, aber ehrlich gesagt auch die Jungen über die Alten sprechen, dann sind das Vorurteile. Und mit einigen von denen werden wir heute gehörig aufräumen. Mit anderen allerdings eher nicht. Meine erste Frage an Rüdiger Maas war, ob er nachvollziehen kann, was mir kürzlich ein etwa 50-jähriger Unternehmer gesagt hat. Nämlich, dass er niemanden mehr einstellt in sein Unternehmen, der jünger ist als 40. Und zwar, weil er sagt, die neue Generation ist einfach faul. Die größte Kohorte, die je nach dem Zweiten Weltkrieg auf dem Arbeitsmarkt war, die sogenannten Babyboomer, verlassen jetzt flächenmäßig sehr stark den Arbeitsmarkt. Und eine sehr kleine Kohorte kommt nach und die kann sich mehr oder weniger den Arbeitsplatz aussuchen. Ich habe es bei dir, glaube ich, gelesen, dass über 3000 Gen und 1800 kommen nach, kann man das so sagen? Ja, ungefähr, das ist immer schwer zu sagen, aber 3500 Menschen werden täglich 65 und 1800 werden 18. Und da kann man sich das schon ausrechnen. Und es gibt eben Branchen, wo das 1 zu 3 tatsächlich ist, wo eben drei Leute gehen und nur eine Person nachkommt. Und dadurch kann ich mir das aussuchen. Immer wenn ich mir was aussuchen kann, steigt mein Anspruch. Und das, was ich bekomme, ist ein bisschen mehr entwertet. Und so geht es eben mit dem Arbeitsmarkt. Und jetzt komme ich und jetzt bin ich natürlich wesentlich anspruchsvoller. Und jetzt haben wir eben Menschen, die seit vielleicht 20, 30 Jahren im gleichen Unternehmen sind, das immer so gemacht haben. Die haben ja nicht groß, wenn man so in Anführungszeichen rebelliert. Und jetzt kommen eben die Jüngeren vom Vornherein am ersten Tag. Es fängt schon an bei einem Vorstellungsgespräch, dass die ganz anders fordern. Und das ist denen nicht einmal bewusst. Das wird denen oft vorgeworfen, die seien vorernd, seien das. Aber das ist denen nicht bewusst, weil die kennen gar keine andere Welt. Die gehen einfach mit dieser Welt, die sie kennen, dann in die Arbeitswelt. Sie sehen, dass jeder Unternehmer sich bei mir bewirbt. Dadurch bin ich mehr Kunde und nicht mehr Arbeitnehmer. Und ich kann das absolut nachvollziehen, dass dann Ältere sagen, nee, wenn ich dann solche Rebellen da habe, die stecken ja die anderen an. Wenn da jetzt welche kommen, die fordern dann plötzlich vier Tage Woche, die fordern mehr Geld, das stecken die anderen an. Wenn ich jetzt die bezahlen muss, dass sie bei mir anfangen, muss ich ja die anderen auch bezahlen. Und darum kann ich das nachvollziehen. Plus, dass eben die meisten gar nicht so lange bleiben. Nach ein, zwei Jahren verlassen die wieder das Unternehmen. Haben dann natürlich da auch, wenn man so will, Scherben hinterlassen. Das ist aus der Logik dieses Arbeitgebers, des Unternehmers. Darum kann ich das nachvollziehen. Und er kann eben die älteren Menschen besser verstehen, wie die ticken. Weil er selber in dem Alter ist, im Zweifel. Ja, und weil wir einfach diesen Bruch haben. Also auch, ich kann die Eltern einfach leichter motivieren, weil ich weiß, wie ich die motivieren kann. Zum Beispiel über einen Status, über, ja, über, das fängt schon an, dass wir früher so Diskussionen hatten, wo parke ich mein Auto. Dass die Leute der oberen Riege haben dann spezielle Parkplätze oder haben dann andere Büros. Und jetzt kommt eine junge Kohorte, die sagen, es ist unsinnig überhaupt mit dem Auto zu kommen oder überhaupt so viel zu arbeiten oder, oder, oder. Und da gibt es eben diese Brüche und das ist ganz schwer. Und da können die eben diese Leute schwerer begeistern, schwerer motivieren und brechen sich mit diesen alten Dingen eben so ein bisschen die Zähne aus. So im Sinne von, früher konnte ich dann einfach mit dem Geld nachjustieren und dann hat das funktioniert. Dann haben die auch mal zehn Stunden länger gearbeitet. Und das geht halt heute nicht mehr. Und da tun die sich sehr schwer und deswegen greifen die lieber auf Ältere zurück. Ich habe in der Vorbereitung irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es ein Interview war oder in einem deiner Texte, dass du gesagt hast, wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut, dann ist es eben nicht unbedingt so, dass die jungen Leute komplett andere Vorstellungen haben als die Älteren. Also wenn man viele Ältere fragen würde, hast du Lust, vier Tage die Woche zu arbeiten statt fünf, würden die auch sagen ja. Also es ist eher so eine Empörung von Seiten der Älteren, dass sie sagen, wieso trauen die sich denn bitteschön jetzt nach dem zweiten Arbeitstag zu fragen, muss ich am Freitag auch kommen oder sehen wir uns lieber am Montag wieder. Absolut und es gibt auch nicht wenige Personaler, die uns sagen, Gott sei Dank kommen die Jungen und fordern das ein. Wir haben das nie geschafft, beim Inhaber durchzusetzen. Jetzt kommen die Jüngeren und schaffen das, also lassen sogar die Jüngeren dann vorreiten, solche Dinge zu bewegen. Auch das ist ein Thema. Achso, wenn ihr nicht unsere Forderungen erfüllt, schicken wir euch einen 19-jährigen Gen Z. Nee, aber der 19-Jährige, der kommt, der fordert halt vieles ein und das passiert plötzlich. Und der Personal hat sich das nie getraut, weil er dachte, er holt sich da eine Ohrfeige ab, wenn er jetzt solche Dinge anfragt, wie vier Tage, wo er vor zehn Jahren undenkbar. Und jetzt passiert das plötzlich, weil die Älteren eben immer noch mit ihrer älteren Logik an diese Problematik ranken und nicht aus der Perspektive der Jüngeren. Das heißt aber nicht, dass diese Gen Z-Generation besonders faul oder besonders arbeitsunwillig wäre, sondern sie weiß um ihren Wert. Ich weiß nicht mal, ob die wissen um ihren Wert, sondern die haben es halt einfach nur so kennengelernt. Es lief alles ein Stück leichter. Und jetzt kommen noch die Unternehmer auf mich zu und wollen mich. Wenn ich ein toller ITler bin, dann stehe mir die Tore offen. Es fängt schon an, dass ein guter Kfz-Mechaniker, der kann sich die Autobranche aussuchen. Natürlich, wenn ich bei Porsche arbeite, muss ich nicht mehr bei Opel arbeiten. Als Beispiel, weil ich es mir einfach plötzlich aussuchen kann. Wenn früher das einfach, ich hatte viel höhere Konkurrenz. Also stellen wir uns mal vor, ich hätte mich vor 20, 30 Jahren auf eine Stelle beworben. Und da haben sich 30 bis 100 Menschen auf diese Stelle beworben. Dann hatte ich eine Trefferchance von 1 bis 3 Prozent. Jetzt bin ich natürlich viel devoter, bin pünktlich beim Vorstellungsgespräch, forder gar nichts ein. Und jetzt habe ich aber plötzlich diese Auswahlmöglichkeiten. Drei, vier Unternehmen, alle haben mir zugesagt. Natürlich achte ich jetzt auf, was habe ich am meisten davon. Und wenn man da genauer hinschaut, sehen wir, es geht nur noch um die Peripherie. Es geht nicht mal um den Inhalt der Arbeit. Also was mache ich acht Stunden, sondern was kriege ich außerhalb dieser acht Stunden an Vergütung, an mehr Urlaubstagen, an Incentives und so weiter. Und da sind wir sehr stark in der externalen Bespielung. Also wir können da gar nichts intrinsisches mehr fordern. Und jetzt kommen plötzlich Leute und sagen, ja die Jüngeren, die streben nach Sinn. Der endet aber komischerweise um 17 Uhr mit Feierabend. Wir Älteren verstehen und das sind, dass die Leute tatsächlich für das Ganze brennen und leben. Das sehen wir bei den Jüngeren nicht in vielerlei Hinsicht. Das fängt schon an bei Friday for Future, wo wir sehen, wo wir Älteren unterstellen, das ist eine intrinsisch motivierte Kohorte, die einfach gegen, also für das Einhalten der Klimaabkommen, vor allem der Pariser Klimaabkommen einhält, aber seit vier Jahren repetitiv das Gleiche, ohne Steigerungspotenzial. Und jetzt kann sich jeder denken, der jetzt heute 40, 50 ist, als er 15 gewesen wäre, wir hätten da nicht zwei, drei Monate zugeschaut. Wir hätten eine Steigerung, also zum Beispiel den ganzen Freitag oder das ganze Wochenende oder Monday for Future. Wir hätten skaliert, wir hätten eine Gegenbewegung gemacht. Wir hätten irgendwann, wenn wir doch intrinsisch motiviert wären, hätten wir das nicht akzeptiert. Wenn wir aber eine repetitive Wiederholung sind, dann sind wir auch keine intrinsische Motiviertheit dahinter. Zumindest muss man das so mal in Frage stellen. Das wird aber nicht gemacht, weil im Endeffekt viele Menschen oder vor allem eben die Eltern da dahinterstehen und das gut finden. Wie kommst du darauf, dass es keine intrinsische Motivation ist? Also es gibt ein Argument, die Frage wollte ich ja später erst stellen, nämlich, dass die mit Abstand größte Kohort in Anführungszeichen an deutschen Flughäfen die Generation Fridays for Future ist. Also die Jungen, gerade die Jungen reisen besonders viel und haben einen sehr, sehr hohen, wie man sagt, CO2-Abdruck. Aber was meinst du damit? Es gibt keine intrinsische Motivation. Es geht ihnen also gar nicht darum, das Klima primär zu schützen, sondern? Doch, doch, doch. Also ich versuche es mal anders zu erklären. Also die haben einen sehr hohen CO2-Fußabdruck. Die konsumieren nämlich sehr viel, sei es digital oder dass sie auch sehr viel bestellen, zum Beispiel über Lieferdienste. Viel mehr als alle 18-Jährigen, die vor 10, also 18-Jährige vor 10 oder 20 Jahren gelebt haben. Viel, viel mehr. Das kann ich denen aber leider nicht vorwerfen, weil die einfach durch Konsum aufgewachsen sind. Und ich muss auch vom 15-Jährigen noch nicht so ein Reflexionsniveau erwarten. Nur mir geht es jetzt um die intrinsische Motivation. Also dass er jetzt das durchdringt, wenn er selber fliegt und so weiter, das finde ich jetzt aus der Sicht eines 15-Jährigen weniger schlimm, als dass wir ihm unterstellen, er ist jetzt intrinsisch motiviert, er will für die Freiheit kämpfen, also für die Umwelt kämpfen, ohne dass sich da irgendwas steigert. Also wenn ich doch dafür brenne, dann entwickle ich doch neue Gedanken. Ich mache das doch nicht repetitiv, wiederhole quasi jeden Freitag dahin und mehr oder weniger spule mein Programm ab. Und da sehe ich uns Ältere plötzlich, dass wir unsere Perspektive sehr stark geändert haben, wie wir die Jüngeren betrachten oder wie wir auf die Jüngeren schauen. Wir interpretieren Dinge rein, die gar nicht da sind und wir nehmen natürlich die Jüngeren herzlich gerne an. Ich muss mich ja schon fragen, wenn ich vier Jahre meine Eltern das gut finden, was sie machen, aber sie ihr Verhalten nicht verändern oder alles andere ihr Verhalten nicht verändert und ich kein Steigungspotenzial habe, dann ist da in irgendeiner Form ein Logikbruch, den man auf jeden Fall mal genauer beleuchten sollte, wenn es jetzt um diese Thematik geht. Ich wollte mit dir so ein paar Klischees abarbeiten. Wie gesagt, es wird behauptet, ich tue mich mit dem Argument immer ein wenig schwer, aber können wir ja klären, dass die Generation, die jetzt so nachwächst, etwas weniger arbeitsaffin ist. Wenn wir schon bei Klischees sind, ich bin gebürtiger Andalusier, mir ist das nicht ganz unsympathisch und ich verstehe, dass der Sinn des Lebens nicht unbedingt daran besteht, dass man jetzt zwölf Stunden für den Daimler arbeitet. Aber was hältst du denn von dem Gegenargument, naja, also das Versprechen war ja in Anführungszeichen früher, ihr strengt euch an und dafür gibt es dann nach vielen Jahren sowas wie einen kleinen Wohlstand. Da gab es so einen Deal. Und ein Argument, das ich gelesen habe, das bei vielen Jüngeren angeblich verfängt ist, naja, wenn ihr heute irgendwo anfangt zu arbeiten, dann ist es eben nicht klar, dass es euch mal besser gehen wird als euren Eltern. Dann ist es eben nicht klar, dass ihr diesen Fortschritt macht, diese Entwicklung macht. Ist da was dran? Kannst du das nachvollziehen? Da würde aber wieder so eine Kausalität unterstellen, dass jetzt alle fleißig sind, weil sie dann später mal davon profitieren wollen. Das ist ja erstmal so ein Konstrukt. Ja, klar. Wenn man diese Annahme mal nimmt und auf die Jüngeren übertragen würde, müssten die Jüngeren theoretisch heute viel, viel mehr arbeiten, um diesen gleichen Wohlstand zu bekommen, den jetzt die Älteren eben sich dann haben auszahlen können irgendwann. Oder sie erkennen die Sinnlosigkeit und lassen es. Naja, also ich versuche es mal differenzierter zu betrachten. Und zwar, wenn ich heute als junger Mensch jetzt auf den Arbeitsmarkt komme, dann habe ich schon relativ viel gesehen im Schnitt. Wir schauen uns jetzt mal, es sind doch relativ viele jetzt Wohlhaben. Es gibt immer noch Leute, die nichts haben, um Gottes Willen. Aber es sind immer mehr Menschen, die jetzt tatsächlich sich viel leisten konnten. Und wir haben zum Beispiel eine Handyflächendeckung von 99,7 Prozent. Und so ein Handy kann schon mal 1.000 Euro kosten. So, und jetzt ist es relativ viel, 99,7. Wann hatten wir das denn schon mal in der Geschichte der Menschheit, dass alle 18-Jährigen etwas besitzen, was mindestens, sagen wir mal, 200 bis 1.000 Euro wert ist. Das ist heute eine Selbstverständlichkeit, aber das sollte man sich gewahr machen, ist es eigentlich nicht. Das ist einfach mal ein verdammter Tausender, der da in der Tasche spazieren getragen wird. Genau, und das hatte halt früher nicht jeder ein Gameboy und Walkman. Und wenn wir jetzt anschauen, auch Fernreisen hast du ja vorhin angesprochen, dass viele eben schon, also es gibt viele Dinge, ich komme relativ gesättigt auf den Arbeitsmarkt. Es heißt, kurzfristige Ziele sind für mich gar nicht mehr interessant, weil ich, jeder Zehnte, 30er-Jährige wohne noch bei den Eltern. Es gibt einfach ganz viele, ganz wenig monetäre Anreize, die irgendwas ändern. Ein Unternehmen hat uns mal gefragt, sollte man mal untersuchen, die wollten Führerschein bezahlen für die Azubis, dass die bei ihnen anfangen. Das heißt, man kriegt einen Führerschein bezahlt, wenn man dort anfängt. Und uns haben die Azubis gesagt, ob das die Eltern zahlen oder Arbeitgeber, ist mir eigentlich egal. Die kamen gar nicht auf die Idee, das selber zu bezahlen. Das heißt, wir haben in irgendeiner Form in diesem mittleren Segment eine Gesättigung. Also ich komme gesättigt auf den Arbeitsmarkt. Die langfristigen Ziele, jetzt ein Haus in Hamburg oder Köln, Berlin, München, 6-7 Millionen, also ein vernünftiges Haus, kann sich ja wahrscheinlich keiner mit einem normalen Gehalt leisten. Ein tolles Auto, 150.000 Euro kann sich auch keiner mehr leisten. Also diese langfristigen Ziele, jetzt da 10 Jahre irgendwas abzusparen, 20 Jahre, die sind gar nicht mehr so erstrebenswert. Und das müssen wir mit berücksichtigen. Das ist nämlich jetzt so der Ist-Zustand. Und dann kommt noch on top dazu, dass ich mir den Arbeitsplatz aussuchen kann. Und es kommt noch dazu, dass wir immer mehr Menschen haben mit einem höherwertigeren Schulabschluss. Also jetzt zum Beispiel Abitur oder dann eben Studieren. Das nimmt eben auch zu. Dadurch nimmt der Anspruch zu. All diese Dinge, man sieht schon, das ist multifaktuell, aber es geht alles so ein bisschen in diese eine Richtung. Klar, und dann haben wir noch die, die gar keinen Schulabschluss haben, etwa 50.000 waren das letztes Jahr. Also da geht die Spanier auch weiter auseinander. Aber da ist eine Spreizung, ja? Ja, eine ganz große sogar. Wir haben auch welche, die gar keine Berufsausbildung haben und so weiter. Die haben wir, die gibt es und die werden auch immer mehr. Und dazwischen… Über die reden wir allerdings kaum, fällt mir, aber nur am Rande. Über die reden wir überhaupt nicht, ja, oder kaum. Das ist mir auch aufgefallen, weil wir haben ja auch viele, durch die KI und so weiter werden sich ja auch unsere Berufe in alles ändern. Die müssten wir ja auch irgendwie integrieren und die werden vielleicht auch wichtig, wird aber tatsächlich oft ignoriert. Und dieser Mittelbau, den wir immer lange hatten, der ist ja immer kleiner. Und dann on top haben wir weniger Menschen, also Nachwuchskräfte. Also greife ich, wenn ich jetzt auf die Mittelbau komme, auf immer weniger zurück. Und da steigt natürlich dann auch der Anspruch. Das findet eben alles so momentan statt. Und was jetzt oft passiert in den Medien oder bei denen, die jetzt über die Jüngeren schimpfen, die nehmen sich nur einen Aspekt raus und sagen, da hat sich was verändert. Sehen aber das andere blenden die irgendwie alles aus. Und das ist nicht ganz fair. Also wir können manche Dinge gar nicht mehr vergleichen, weil wir einfach heute eine andere Lebenswirklichkeit haben. Und aus der Sicht der Jüngeren verhalten die sich relativ normal. Sie passen sich einfach der Umgebung an. Die hätten wahrscheinlich das Gleiche getan, in Anführungszeichen, 20, 30 Jahre davor. Bin ich mir ziemlich sicher, weil das sind ja keine Außerirdischen. Die sind ja nicht irgendwo groß geworden, sondern das sind meistens die Kinder von denen, die eben viel arbeiten. Und das sind ja Interaktionseffekte. Also das müssen wir alles mitbeleuchten. Ich hatte ja gesagt, wir räumen vielleicht mal mit so ein paar Klischees auf. Vielleicht bestätigen sich ja auch ein paar Dinge, die man annimmt. Ich würde dich bitten, vielleicht kurz darauf zu antworten. Wir können uns gleich im Anschluss nochmal länger darüber unterhalten. Aber mein Vorurteil sagt, junge Menschen haben heute im Schnitt weniger Freunde als früher. Ist da was dran oder ist das nur gefühlt? Kurz antworten, ja, aber dafür längerfristig. Ah, interessant. Also es findet ja sehr viel in der digitalen Welt statt. Ich sage mal, wenn man es mal so dichotum sehen darf, so digitale Welt und analoge Welt, dann strebt man in der digitalen Welt viele Follower und so weiter zu haben. Das ist aber ein ganz anderer Bezug. Das heißt, diese digitalen Follower oder Freunde, die möchte ich nie in Live sehen müssen, wollen. Da sind wir anders geprägt. Wir, die Facebook-Generation oder wie auch immer, wir haben Freunde getroffen, die wir kannten. Digital. Das heißt, wir nutzen die digitalen Medien, um analoge Menschen kennenzulernen. Also jetzt, wenn ich das so in diesem Gedankenspiel mal durch exzertieren darf. Und bei den Jüngeren ist es so, wir verbringen viel mehr Zeit in der digitalen Welt. Das können schon mal 60, 70 Stunden in der Woche sein, tatsächlich. Das ist tatsächlich die Zahl. Ja, während der Corona-Pandemie war das die Zahl. Mindestens, also so im Schnitt vier Stunden sind die auf der Zeit. Würde jeder Arbeitgeber viel dafür geben, wenn die 60, 70 Stunden arbeiten würden? Die machen es ja nicht am Stück, sondern es ist immer fragmentiert. Das heißt, man ist mal kurz da, fünf Minuten, mal mal da. So ein Handy wird zwischen vier bis fünf Tausendmal am Tag angefasst. Also so muss man sich das vorstellen. Das heißt, das ist immer Teil meines Lebens, immer Teil meiner Umgebung. Hast du fünf Tausendmal gesagt? Vier bis fünf Tausendmal, ja. Etwa 178 Meter wird auf einer, am einen Tag über die Bildschirm-Oberfläche gescrollt. Mit dem Daumen oder dem Finger, 178 Meter. Ja, ja, das sind einfach so Daten. Wahnsinn. 400 Nachrichten gelesen, überflogen. Also es ist eine enorme Zahl und das Ganze aber nicht am Stück, sondern fragmentiert. Dennoch findet ja der Großteil dadurch, wenn man das mal genauer betrachtet, digital statt, nicht mehr analog. Und die analogen Freunde sind dadurch, haben plötzlich einen anderen Stellenwert. Ah, die werden wertvoller in Anführungszeichen? Ja, und wir sehen das zum Beispiel bei so einem Inner Circle, dass man da tatsächlich sehr verbindlich ist, dass man da auch Zusageneinheit, wo wir sagen, die sind alle unverbindlich, sagen kurzfristig ab. Ja, das ist ein bisschen der Außer-Circle, während wir Älteren genau umgekehrt sind. Wir würden jetzt Menschen, die wir weniger gut kennen, also man lernt jetzt Leute im Urlaub mal kennen, das ist ein bisschen der Außer-Circle und wir verabreden uns mit denen, die würden wir weniger stark versetzen als unsere besten Freunde. Die würden, ja, da haben wir ja so ein Sparbuch, den könnte man jetzt heute mal absagen, weil wir treffen ihn ja vielleicht nicht so. Ist aber ein bester Freund, das funktioniert. Bei den Jüngeren genau umgekehrt. Ah, faszinierend. Ja, das ist spannend und deswegen kommt es jetzt bei dieser, ich sollte ja kurz antworten, aber es kommt auf die Qualität der Freundschaft an. Verstehe. Junge Menschen organisieren sich seltener in Vereinen, in Clubs, in, ja, so Sportvereinen. Ist da was dran? Wir hatten in unseren Studien schon oft belegen können, dass eigentlich so sozialer Wünschte, ehrenamtliche Dinge eigentlich eher so en vogue sind. Ich mache was für das Kollektiv, ich mache was Gutes. Das Ganze kann ja auch digital stattfinden, würde ich jetzt nicht ganz so unterstreichen. Was wir aber sehen, dass Vereinshopping stattfindet, dass der Verein nicht mehr für die meisten die zweite Heimat ist. Hat ganz viel damit zu tun, dass eben auch Eltern bei der nächsten Generation, die Eltern halt einfach sehr stark mit im Verein sind, zum Beispiel bei den Kleinkindern. Die schauen halt das ganze Training zu und wenn es dem Jungen oder dem Mädchen nicht mehr gefällt, kann ich natürlich leichter wechseln, weil Mama auch dabei ist. Das ist ein Unterschied, wenn es Mama nicht dabei wäre. Es ist ja das irgendwie, es sind meine Freunde und so weiter, ich konzentriere mich mehr auf die Kollegen im Verein und das findet halt weniger stark statt. Und deswegen gibt es, und das beklagen viele Vereine, eben mehr so ein Hopping. Der macht halt zwei Monate Basketball, danach macht er Fußball, danach macht er das. Und wenn ich das verlängern will, schicke ich den alleine dahin? Ja, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Also das kann sich jeder vorstellen, Mama ist mitten, umkleidet, ist immer dabei und ich sage zu Mama, mir gefällt das halt nicht. Zu Mama, du hast es ja selber gesehen, als Beispiel. Und das war früher eben weniger stark möglich und dadurch forcieren wir auch ein Stück diese Frustrationsintoleranz, also dass sobald etwas unangenehm wird, wechsle ich. Ist das etwas, was mehr wird, weil das Ich etwas mehr an Bedeutung gewinnt und dafür, dass wir ein wenig an Bedeutung verliert? Ist das eine Zweiteilung, eine Dualität, die du da schreiben würdest oder wie würdest du das umschreiben? Es hat sich ein Stück geändert. Also ich glaube mal jetzt für die älteren Zuhörer, stellen wir uns einfach mal vor, wir leben in einer Zeit, wo ich ein Bild hochladen kann und ich kriege 30.000 Likes. Das haben wir nie erlebt. Das heißt, wir haben da jetzt, wir haben einen ganz anderen Bezug. Wir sind immer wieder in diesem Inner- und Außen-Circle. Das müssen wir, glaube ich, mitberachten, wenn man das so sieht. Ich als Individuum werde weniger stark wahrgenommen dadurch. Also das kommt auch noch dazu. Und was wir sehen, ist, dass jüngere Menschen sich bewusster auch in der sozialer Wünschenden Mitte agieren wollen, also weniger auffällig sein wollen. Wollen Sie? Ja, wir sehen, dass die zum Beispiel, wenn es nicht funktioniert, also wenn ich eben keinen Influencer werde und die Bilder nicht funktionieren und so weiter, dass ich relativ schnell in die passive Haltung gehe und eher passiv konsumiere, also eher folge und dann eher unauffällig bin, weil ich eben Angst habe, auch vor Schütztorben, vor diesen Dingen. Ich muss immer reinversetzen, ich werde damit angefüttert, als ich 14, 15, mit 14, 15 Jahren. Ich habe einen ganz anderen Bezug, wie jetzt wir, die jetzt mit 20, 30 plus damit beruhigen kamen, natürlich eine ganz andere Resilienz und Stärke da hatten. Das müssen wir mit betrachten, ja. Das heißt, entweder gibt man sich diesem Internet oder diesem Social Media, dieser neuen Bewegung hin und ist dabei und versucht diese 30.000 Likes zu generieren oder man verkrümelt sich, muss ich mir das so vorstellen? Ja, also man wird ja relativ schnell sanktioniert, wenn es nicht funktioniert. Entweder kriege ich keine Likes oder ich kriege Schütztorben oder was auch immer. Oder werde beleidigt oder was auch immer, ja, ja. Genau, und ich muss bitte in den 14-Jährigen reinversetzen. Also man kann es mit dem Mobbing ganz klar machen, also als vor 20 Jahren jemand gemobbt wurde, dann kannte er vielleicht alle Akteure persönlich. Die waren ja irgendwie physische Menschen, die jetzt da waren. Aber stellen wir uns mal vor, wir sind 15 und wir kriegen einen Schütztorben, wo 10.000 Leute sich lustig machen über uns, über meine Figur, über mein Aussehen. Das kann man einem 15-, 14-Jährigen schon verfangen. Du, ich habe mit gestandenen Profis, Schauspielerei, Politik und so weiter, die sowas erlebt haben, gesprochen. Und das sind Menschen, die sind auch keine 14, keine 15, sind auch keine 45, sondern sind zum Teil noch älter. Und das hat Jahre gedauert, bis die damit klarkamen. Also ich will mir überhaupt nicht vorstellen, was das mit einem 14-, 15-, 16-Jährigen oder Jährigen macht. Das finde ich ganz interessant. Du hast dich auch mit Erziehung befasst. Ich habe in der Anmoderation gesagt, dass du ein neues Buch ja planst, das im April kommen soll. Aber eins hieß, glaube ich, Generationenlebensunfähig. Ich korrigiere mich. Und ich begehe mal den Frevel, dieses Buch in einem Satz zusammenfassen zu wollen, was nicht geht. Aber ich habe den Eindruck, du legst in diesem Buch Wert darauf, dass man den Kindern so eine Grundstärke mitgibt, die in Form von Resilienz vielleicht zu formulieren ist. Das auf jeden Fall. Und dem Kind mehr die Rolle zeigt, die wirklich tatsächlich da stattfindet. Was meinst du? Darf ich ein bisschen ausführen, um das zu erklären? Wenn wir uns die Gausche-Normalverteilung anschauen, so fangen Psychologen immer an. Ich finde es ja richtig. Kein Laber-Podcast. Leg los. Die Gausche-Normalverteilung. Wer kennt sie nicht? Also wer sie nicht kennt, Körpergröße ist zum Beispiel normal verteilt. Die mit der Größe M, die gibt es am meisten. Wenn ich jetzt ein Kleiderhersteller bin, müsste ich jetzt am meisten Größe M herstellen. Und XXL oder XXS ungefähr genauso wenig. Daraus ergibt sich ja dann die Mitte, die Normalgröße. Und es gibt ein paar so Dinge, Intelligenz ist normal verteilt und so weiter und so fort. Und jetzt stellen wir uns einfach mal diese gedanklich vor. Und jetzt haben wir in unserer Studie 650 Eltern zu den Erziehungsverhalten befragt. Und es gab nicht wenige Eltern, die immer uns berichtet haben, wie sehr überdurchschnittlich doch ihr Kind ist. Ja, ja, das ist der Klassiker. Genau, mein Kind ist hochbegabt. Alle hochbegabt. Gut, das ist eine selbstverdienliche Verzehrung. Das ist okay. Das halten wir mal fest. Das ist jetzt erst ein Moment. Es ist mir lieber, als wenn Sie Ihrem Kind ganz die Zeit schlecht reden. Okay, halten wir das mal fest. Also orte ich doch mein Kind ganz weit rechts in der Gauss-Normal-Verteilung. Das heißt, ganz weit rechts, weil alle anderen sind schlechter. Mein Kind ist Prozentrang 98, so jetzt mal übertrieben. Jetzt kommt mein Kind zu mir und sagt, Mama, Mama, ich will ein Handy. Alle anderen haben auch eins. Und jetzt sagen die Eltern, um Gottes Willen, bevor mein Kind ein Außenseiter wird, ist es ja theoretisch, weil es ja ganz rechts schon ist an der Gauss-Normal-Verteilung, kaufe ich sofort ein Handy jetzt. Überlegung. Jetzt mache ich ein Dilemma auf, weil ich suggeriere jetzt meinem Kind, Gottes Willen, du darfst gar kein Außenseiter sein, obwohl du ja doch der schönste, beste, größte bist in allem, was du machst. So, das halten wir mal fest. Das ist ein Dilemma, in dem die Eltern immer wieder agieren, wenn das Kind da nicht innerhalb der Mitte agiert. Gleichzeitig weiß er, das Kind ist nicht der beste, schönste, größte. Und jetzt kann ich da die Antwort auf meine Mutter oder mein Vater... Das wissen die Kinder, würdest du sagen? Die sehen das ja. Die sehen das ja, dass ich zum Beispiel jetzt im, keine Ahnung, Religionsunterricht, jeder die Eins bekommen hat oder Musik beim Vorsingen, das ist das Beispiel. Und meine Mutter, jetzt machen wir mal so ein fiktives Beispiel, meine Mutter sagt, boah, das ist so toll, dass du, wie du singen kannst und so weiter. Das Kind weiß dann, pass mal auf, ich sehe doch, dass die anderen auch so sind. Solche Situationen gibt es. Es gibt auch Situationen, wo es das Kind nicht sieht. Und dann muss es eben den Eltern vertrauen, wie auch immer. Aber wir bauen auf jeden Fall erstmal eine Dilemmasituation aus. Was ist jetzt wahr, was ist jetzt nicht wahr? So, und das ist ja erstmal schwieriger für mich jetzt auch, meine Rolle zu reflektieren, wo stehe ich wirklich? Und wir müssen da ein bisschen mit so einem gesunden Menschenverstand gehen. Also wir sollen jetzt unsere Kinder, müssen wir schon fördern, hinter denen stehen. Aber halt nicht künstlich so weit weg, ne? Also ein künstliches Spannungsfeld aufbauen. Jetzt gehe ich mit diesem Handy in Social Media rein und sehe, ich bin ein Niemand. Keine Follower, keine Likes, kein Niemand. Ich bin ein Niemand. Und damit werde ich ja auch permanent konfrontiert in der digitalen Welt. Und jetzt haben wir plötzlich ein Trilemma. Und wo stehe ich jetzt? Das ist meine Rolle natürlich viel schwieriger zu finden. Wo stehe ich denn tatsächlich? Also bin ich der Größte, wie man mal sagt? Ja. Bin ich einfach Teil der Mitte, weil ich zum Beispiel das Handy habe? Oder bin ich ein absolutes Niemand, wie man das Internet sagt? Also Teil der Mitte muss ich ja komischerweise sein, weil Mama ja sofort reagiert, wenn ich sage, alle anderen haben auch eins. Und das ist übrigens die gleiche Mama, die als sie ein Kind war, gehört hat, wenn alle aus dem Fenster springen, machst du das auch. Wir sind ja nicht alle, wie auch immer. So und jetzt die Mitte will ja natürlich, gerade jeder sieht es ein bisschen überdurchschnittlich, das ist auch normal. Nur wir verzehren halt dieses Bild sehr, sehr stark. Und das ist vielen Eltern auch nicht mehr bewusst. Die bekommen aus einem blinden Fleck. Oft ist in unserer Studie dann aufgefallen, wenn die Eltern erzählt haben, dass die immer ihr Kind mit sich selber verglichen haben, als sie in diesem Alter waren. Also keine Ahnung, als ich zehn war, konnte ich das noch nicht. Aber dass alle anderen Zehnjährigen jetzt das heute können, das wird irgendwie ausgeblendet. Dann bei dieser Handyfrage werden plötzlich alle wieder eingeblendet. Als ich aber zehn war, hatte ich eben nicht das, was alle haben. Das wird wieder ausgeblendet. Also wir heutigen Eltern vertauschen so ein bisschen diese Rollen, wie wir auch selber aufgewachsen sind. Und das führt ja erstmal zu diesem Dilemma. Und das wird eben dann perfekt durch dieses Trilemma in Social Media. Und dadurch ist es für Kinder in der Regel, wenn das so vorherrscht, das ist ja nicht bei allen um Gottes willen, aber so muss man sich das vorstellen, schwieriger, meine Rolle halt einfach zu finden. Und wenn wir jetzt dann kommen und sagen, die sind ja alle so von sich überzeugt und so weiter und so fort, dann blenden wir natürlich das auch aus, weil die normale Reaktion war jetzt bei solchen Eltern immer positiv. Das heißt, also meine Mutter hat ja nie in irgendeiner Form mich irgendwie da negativ gesehen und so. Das fällt halt dann alles schwerer an. In der Digitalität werde ich permanent negativ sanktioniert, weil ich halt einfach keine Likes kriege oder vielleicht tatsächlich dann halt einfach niemand bin. Und das ist schon schwer. Ja, es gibt schon Bewertungsehrsinn. Das ist, glaube ich, schon wirklich eine Epidemie, dass alles, was du tust, wird halt gemocht oder nicht gemocht. Ja, vor allem ist es ja immer emotional beladen oder es sind dann einfach nur Sympathiebekundungen. Das ist ja nie richtig objektiv. Sei es drum, aber das ist einfach ein neuer Player, der eben da ist. Und das fällt dann Kinder, das ist immer noch mal ein 14-Jährigen rein oder ein 12-Jährigen reinversetzen. Das ist dann einfach schwieriger, meine Rolle zu finden, die überhaupt zu finden. Dann wird ja auch digital, werde ich ja anders bespielt, wie das mit meinen Freunden. Wir hatten früher vielleicht alle das gleiche Magazin gelesen. Auf Seite 4 stand für jeden das Gleiche und den Spiegel gelesen. Auf Seite 4 stand für jeden das Gleiche. Heute gehen wir an Social Media und schon nach zwei Minuten habe ich eine völlig, oder ich habe von vornherein eine völlig andere Anzeige als meine Nachbarn. Das heißt, es gibt einfach viel weniger Themen, wo ich auch mit meinem Freund drüber schwenken kann. Und all das führt ja dazu, dass ich mich auch immer mit mir selber mehr bestelle, wo stehe ich jetzt, wo bin ich. Meine Eltern können es oft nicht nachvollziehen. Dann gibt es die Mitte, wo ich, und so weiter. So muss man sich das vorstellen. Und das ist erstmal ein Trilemma, an dem jetzt Kinder halt heute groß werden. Ich habe Kinder und ich glaube, es gibt Eltern, die achten wahnsinnig auf die Ernährung. Andere achten wahrscheinlich darauf, dass die Kinder, weiß ich nicht, viel Sport machen oder besonders musikalisch sind, weil das gut ist für die spätere Entwicklung. Ich bin so ein Handy-Fundamentalist. Also wenn ich es entscheiden könnte, würden sie es zum 18. Geburtstag bekommen. Aber ich glaube, ich habe sie jetzt runtergehandelt, so auf 14, 15. Meine Befürchtung war, dass eine übertriebene und vor allem falsche Handynutzung die Kreativität einschränkt. Ist das etwas, was du nachvollziehen kannst in deinen Studien? Ja, absolut. Es ist von dem her, wir wissen ja nicht, was sie am Handy machen. Wir müssen schauen, welche Apps sie nutzen. Das ist so ein Thema. Die können ja auch eine Kreativ-App nutzen. Aber wenn wir jetzt mal TikTok nehmen, das lebt ja in Deutschland von repetitiven Inhalten. Das heißt, ich mache einfach so einen Tanz nach. Das ist kein Kreativprozess im Sinne von, hier mache ich eine Schöpfung. Und wenn man das nochmal genauer anschaut, ist es ja so, dass Kreativität kann auch aus Langeweile entstehen. Also aus Langeweile, ich sehe das hier. Ja, vor allem finde ich, also früher. Genau, aber ich werde ja im Internet nicht gelangweilt, sondern ich werde permanent befeuert. Und zwar external. Also es kommt ja immer von außen, wird mir vorgegeben, was ich jetzt anzuschauen habe. Durch auch Infinity-Scrollen und so weiter. Der Algorithmus sieht ja sehr schnell, was mich affiziert. Das heißt, ich werde immer von außen bespielt. Dadurch kann ja natürlich weniger Kreativität auch entstehen. Vor allem keine intrinsische Kreativität, sondern einfach nur etwas Repetitives, Wiederholendes, Passiv-Konsumierendes und so weiter. So muss man sich das vorstellen. Also wir müssen den Kindern mehr Chancen geben zum Langweilen. Und wenn wir den Kindern halt einfach zu früh das Handy geben, dann passieren mehrere Dinge. Eben, dass dann diese externale Bespielung permanent kommt. Dass ich auch eben mit diesem Drehlemma, dass ich jetzt früher auch damit konfrontiert werde. Und viele haben ja die Befürchtung, wenn ich mein Kind zu spät ein Handy gebe, dass es außen vor bleibt. Und das ist nicht so. Wir sind ja auch nicht außen vor geblieben, weil wir nicht alle ein Gameboy hatten. Ach so, du würdest sagen, ist Quatsch? Nein, nein. Die Befürchtung? Ja, und was ist denn schlimm, wenn mein Kind außen vor ist, wenn es doch eh der Beste ist? Da können ja alle hinter dem her laufen. Wenn mein Kind der Beste ist, dann laufen eh alle hinter dem her. Also es ist ja wurscht. Dann können die das ja machen, was er macht. Und es ist auch nicht schlimm, so ein bisschen an seiner Persönlichkeit mal zu arbeiten. Auch mal, auch ohne, dass ich das mache. Weil wenn wir jetzt sagen, es ist immer wichtig, was alle anderen haben. Und dann muss ich auch immer wissen, was alle anderen haben. Und dann suggeriere ich auch immer, dass es wichtiger ist, was alle anderen haben, als was du empfindest, was du denkst, was du fühlst, was du brauchst. Das ist ja eigentlich eine extreme oder fatale Sicht oder Erziehung. Das muss man schon auch sagen. Und diese ganzen Apps sind so intuitiv aufgebaut, dass das können Kleinstkinder innerhalb kürzester Zeit bedienen. Das heißt, ich gebe meinem Kind ja überhaupt keinen Wissensvorsprung. Das geht ja so weit, dass die Schulpolitik ja mit eingeflossen ist. Wir müssen ihn ganz früh, ganz dringend ein iPad. Also meine Tochter ist in der fünften Klasse und sie hat mich, glaube ich, gestern erst zum letzten Mal nach dem iPad gefragt, weil sie irgendwelche Lateinvokabeln auf so einer iPad-App lernen soll. Und mir ist es nicht ganz klar. Wenn wir reden, sowas selber zu programmieren, dann bin ich wieder dabei. Und da sind wir auch beim Punkt, ich kann die digitale Welt unglaublich gut analog vermitteln. Ich kann Ethik-Konzepte, die in der digitalen Welt fake news, kann ich auch unglaublich gut analog. Ich muss nicht jedem ein Tablet geben und sagen, hier kannst du den Knopf drücken, jetzt bist du plötzlich digital. Das ist ungefähr so vergleichbar, als wir im Physikunterricht den Otto-Motor hatten, sind wir auch nicht mit dem Auto den ganzen Tag im Pausehof rumgelaufen oder umgefahren. Wäre schon nicht schlecht. Ja, aber weil wir einfach davon ausgingen, das hat jeder. Und so, außer wir machen Dinge, die halt nur über das iPad wirklich funktionieren und wir erklären die Mechanismen dahinter, das sehe ich aber gar nicht im Unterricht. Deswegen, das würde ich erstmal analog vermitteln. Also ich finde es wichtig, dass wir es so anspielen. Also ich finde Digitalisierung ganz, ganz genial. Nur als Entertainment und Bespielung und das finde ich sehr wichtig. Die Wahrheit ist natürlich, so ein Handy ist natürlich im Grunde so eine Art Ausschaltknopf für Kinder. Bedeutet, dass ein Kind zu gewissen Zeiten funktionieren muss. Also wenn du mal fährst in den Urlaub, dann gebe ich meinem Kind ein Tablet, damit es sich nicht langweilt und mich halt einfach nicht nervt. Aber das heißt, das Kind muss in dem Moment funktionieren. Ich gehe aber da gar nicht aufs Kind richtig ein. Das nur mal für die Klammer. Die nächste Frage umschließt im Grunde beide Felder so ein wenig. Da geht es um auch eine Beobachtung oder um eine Aussage, die im Zusammenhang mit weitesten Sinne Gen Z getroffen wird. Nämlich, dass es eine Gehorte ist, der ist sogenannte Work-Life-Balance wichtig. Der ist mentale Gesundheit wichtig. Also nicht diese Gefahr des ständigen Burnouts. Gleichzeitig ist das wohl so in den USA und in einigen Ländern, glaube ich sogar noch schlimmer als in Deutschland so, dass die unter enormen mentalen Schwierigkeiten zum Teil leiden. Und zwar nicht nur, weil sie häufiger benannt werden, sondern offenbar tatsächlich häufiger leiden. Ist das etwas, was real ist, was du sagen würdest, ja, interessanterweise, denen ist wichtig, dass sie mehr Zeit für sich, mehr Zeit für ihr Leben haben. Und es hat eben nicht dazu geführt, dass das jetzt ausgelassenere, entspanntere, glücklichere Menschen sind. Wie würdest du das einordnen? Wenn wir es nach Alter nehmen, sind tatsächlich die Gen Z, wenn man die jetzt nimmt, diese Kohorte, die unglücklichsten Menschen in Deutschland. Kein Witz. Ja, ja, gefolgt von der Generation Alpha. Die danach kommt, ne? Über die sprechen wir gleich. Genau, die Kinder. Und das zwar zu Messungen seit den Nachkriegsjahren. Und die 60 plus, so gegen Glücksforschung von uns, die glücklichsten. Aber ist das so eine, weil Glück ist ja, anders als Puls, nicht messbar. Glücksempfinden. Genau, also empfinden sie sich als besonders unglücklich? Nö. Und sind sie es auch? Oder ist das eher so, jammern die mehr? Nö, 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 die sind es auch. Wir haben jedes vierte Kind vermutet, hat jetzt schon mal eine depressivere Episode und so weiter. Also das sind ja Anstiege, also auch eine Anpassungsstörung, Angststörung und so weiter. Das ist immer schon ein Anstieg. Und das ist nicht, weil ich finde es immer ganz wichtig, weil das Argument kommt immer sofort, naja, es hat sich jetzt enttabuisiert. Wir reden jetzt vielmehr darüber, dass es einem nicht gut geht. Wir reden jetzt. Das hieß es bei mir schon im Studium vor 20 Jahren. Ich weiß nicht, wann wir endlich das abgeschlossen haben, dass es enttabuisiert ist an der Stelle. Nee, nee, also wir haben eine Zunahme. Aber wir sehen auch, dass an der einen oder anderen Stelle schneller aggraviert wird. Das sehen wir schon auch. Was heißt das? Naja, dass ich schon ein paar Symptome hatte. Mir geht es halt überhaupt nicht gut und so weiter. Und ich habe wirklich ganz starke Kopfschmerzen. Und alle reagieren, weil ja auch die Eltern sofort reagiert haben. Das sieht man auch. Und es ist tatsächlich auch sozial erwünscht, dann eben auch wegen sowas auch mal dann schneller daheim zu bleiben. Wenn ich krank bin, ist es wichtig, daheim zu sein. Aber manchmal gibt es halt was, wo ich denke, da könnte man vielleicht noch kommen. Und das sehen wir halt bei den Jüngeren stärker, dass da dann eher so zu Gunsten quasi, ich muss mich nicht kaputt arbeiten, Anführungszeichen, Gedanken. Dann wird da eher mal daheim geblieben. Und woran würdest du festmachen, dass sie unglücklicher werden? Weil das ist eine relativ heftige Aussage, finde ich. Weil das sind einfach die, in Anführungszeichen, doch Spaßjahre. Das sind die Jahre, in denen noch nicht so viele Entscheidungen getroffen wurden. Es gibt so ein Mehr der Möglichkeiten. Man kann alles werden. Man kann versuchen, die Welt noch zu sehen. Oder man kann versuchen, man wird Dachdeckerin. Oder man kann versuchen, dass man irgendwas studiert. Warum führt das dazu, dass du sagst, diese Generation ist eben nicht die Glücklichste? Du hast die Antwort schon gegeben. Dieses Mehr an Möglichkeiten. Das ist ein großes, großes Thema. Wenn ich alles aussuchen kann, dann freue ich mich gar nicht mehr über die Auswahl, sondern ich habe Angst, nicht das Beste auszusuchen. Und das passiert permanent. Permanent. Also ich kann jederzeit die Musik hören, die ich will. Ich kann jederzeit anschauen, was ich will. Ich kann jederzeit irgendwas bestellen, was ich will. Mir werden kumuliert, wenn man so will, 22.000 Studiengänge in Deutschland. 52 Prozent der 18-Jährigen in Hamburg schreiben Abitur. Es ist eine Übersättigung an so vielen Punkten. Und das macht mich jetzt nicht unbedingt glücklich. Das klingt ja wie Wohlstandsverwahrlosung. Ja. Ganz seltsame Art. Würdest du das sagen? Ja, ja. Jetzt stellen wir uns mal vor. Zweiter Weltkrieg. Meine Eltern finde ich nicht mehr und gar nicht. Ich habe nichts. Ich habe ein paar Schuhe. Irgendwann habe ich ein zweites paar Schuhe. Wie viel sind denn diese Schuhe wert? Was schreiben diese Schuhe für eine Geschichte? Ein enormer Grenznutzen der Schuhe, würde ein Ökonom sagen. Und jetzt mache ich heute auf mit fünf, sechs Paar Schuhen. Diese Schuhe haben gar keinen Wert. Die sind selbstverständlich. Fünf Adventskalender. Alle fünf schon entwertet. Das findet eben statt. Ein Mehr kann uns gar nicht mehr glücklicher machen und weniger sofort unglücklich. Um Gottes willen jetzt nicht beeilen können. Aber das muss man so sehen, dass wir da einfach übersättigt sind. Und jetzt haben mal Psychologen ausgefunden, etwa 20 Minuten bräuchten junge Menschen auf Netflix sich zu entscheiden, was sie anschauen. Und sind Gottfroh, dass Netflix vorgibt, was sie anzuschauen haben. All diese Dinge führen ja dazu, dass es einfach einem viel zu viel an einem ist und mir die Übersicht fehlt. Und dann sind wir wieder bei Bewertungsportalen. Dann sind wir wieder, wie werde ich gesehen? Wie werde ich wahrgenommen? Dann werde ich jeden Tag konfrontiert, ein Niemand zu sein. Und so weiter. Das spielt alles mit. Und jetzt habe ich plötzlich Eltern, die das gar nicht so nachvollziehen können. Die genau das Gleiche sagen. Du hast doch so viele Möglichkeiten. Jetzt sei doch endlich mal glücklich. Oder mach doch mal was. Und das ist eben einer der Punkte. Damit kommen wir eigentlich zur nächsten Generation. Generation Alpha. Also wir fangen gewissermaßen das Alphabet wieder von vorne an. Damit hast du dich in deinem letzten Buch befasst. Und wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, also wenn ihr Gen Z in Anführungszeichen schon anspruchsvoll fandet, dann schnallt euch an. Genau. Kannst du uns so ein bisschen in deiner Wahrnehmung sagen, was ist das für eine Generation? Und klär mal, von welchen Jahren sprechen wir da überhaupt? Also diese ganzen Eintagungen sind eigentlich sehr, eh grenzwertig zu sehen, muss ich sagen, sind eher populärer, unwissenschaftlicher Natur. Auch das man überhaupt sagt von, wie horte von 2000, weiß ich nicht. So einfach ist es dann nicht. Auch die Begrifflichkeiten, die kommen ja ursprünglich, gehen die auf einen Roman zurück. Douglas Copeland hat über Generation X geschrieben, da hat man es einfach weitergefolgt. Da gab es einen Unternehmensberater mit einem Bachelor in Psychologie, der hat das einfach Alpha genannt in Australien. So muss man sich das vorstellen. Aber es geht aber um die heutigen Kinder und was interessant sind. Das sind ein paar Brüche, die interessant sind, die man anschauen kann. Das ist jetzt mehr oder weniger die erste Elterngeneration, die digital affin ist, weil die in ihrer Jugend die Smartphones für sich entdeckt haben. Die sogenannten Millennials? Ja, genau. Und etwa 90 Prozent von denen googeln alle Umwegsamkeiten ihrer Kinder. Und da weiß man gleich, die bespielen halt auch sehr stark den Algorithmus. Und das führt eben mit dazu. Und wir kriegen immer später Kinder. Wir werden wohlhabender. Unsere Eltern werden dadurch auch immer älter. Wir können automatisch nicht mehr auf unsere Großeltern zurückgreifen. In Erziehungsfragen, all diese Dinge. Wir haben weniger als ein Prozent der Generationenhäuser. All das spielt eben mehr rein. Ach so, weil wir, diese Generation wird erst mit, weiß ich nicht, vielleicht 35 oder 40 sogar einige von denen erst Eltern. Und dann sind die Großeltern eigentlich entweder schon sehr alt oder vielleicht sogar gestorben. Genau, oder dann eben 70. Und das, was die eben als Kind oder wie die mich erzogen haben, das ist halt schon 40 Jahre her. Diese Tipps sind halt für mich nicht mehr so greifbar. Und das ist mir Google näher. Bloß, dass meine Peer auch anders reagiert, als es früher der Fall war, weil eben relativ viele Menschen in meinem Alter gar keine Kinder mehr haben. Das heißt, dass jetzt habe ich plötzlich auch eine Gruppe, die ich nicht nachvollziehen kann, wie meine Kinder ticken. Dann habe ich jetzt sowas wie WhatsApp-Status-Nachrichten, wo ich sehe, was die anderen alles machen am Wochenende. Dann ist es eben, all diese Dinge spielen halt einfach mit rein. Und das führt einfach auch so ein Stück nah, ich sage mal, wenn man in Anführungszeichen verunsichert in Elternschaft, die halt einfach auch ein bisschen mehr machen möchte als die Eltern davor. Das kommt auch mal dazu, mir soll es besser gehen als meine Kinder und so weiter. Dass wir dann irgendwann den Peak überschritten haben, ist auch nicht mehr so klar. Was meinst du, wir haben den Peak überschritten? An Wohlstand? Genau, vielleicht war es ja auch schon okay, wie ich erzogen worden bin. Wieso muss es noch mal mehr sein und noch mal mehr? Also, wieso müssen wir unbedingt die besten Freunde sein und Berater, Supporter unserer Kinder? Wieso können wir nicht mehr Eltern sein? Es ist auch so, wir hatten zum Beispiel in unserer Studie mit Erzieherinnen, Erzieher, Grundschullehrern und Grundschullehrern befragt, wie die denn einschätzen, wie die Eltern ihre Kinder einschätzen und umgekehrt, ob es da Diskrepanzung gibt. Das war enorm. Also, es war so, wenn ich jetzt ein Kind habe, sehe ich ja mein Kind immer nur in der Interaktion. Ich bin ja immer dabei. Das heißt, ich kann mein Kind eigentlich schlechter einschätzen, wenn mein Kind in einer Gruppe agiert. Allein da fängt es schon an, dass man eben Pädagogen da weniger vertraut und sagt, aber das Kind hat da so und so agiert. Und das wollen die Eltern schon gar nicht mehr hören. Dann, ja, und wir haben eine immer größere Spreizung an verschiedenen Erziehungsmethoden. Also, da gibt es welche, die mit einem Vierjährigen schon, ich übertreibe jetzt mal, sagen, hier, du darfst jetzt hier nicht prokrastinieren, anstatt zu sagen, das Trödel halten hier nicht rum. Die gibt es und dann gibt es eben die anderen, die sagen, Gottes Willen, ich zähle dir die Schuhe an, das kannst du noch gar nicht. Und das Kind kann schon auf Englisch bis 10 zählen, mit 8 aber noch, trägt noch Windeln, jetzt mal übertrieben. Also, so eine extreme Bespielung findet statt, nicht bei allen, aber bei immer mehr. Und das muss man sich so vorstellen, ich bin jetzt ein Lehrer, ich habe jetzt 30 Kinder da sitzen und früher hatte ich immer so zwei, drei, die auffälligsten. Jetzt habe ich plötzlich sechs. Um Gottes Willen nicht alle. Aber diese drei mehr und dann noch Eltern, die, es gibt jetzt drei, vier mehr Eltern, die eben jeden Tag da auf der Matte stehen und Fragen haben, binden unglaublich viel Energie, die eben zu Ungunsten auch aller anderen Kinder in der Stadt führen. Das meine ich mit, dass man das Ganze auch gesellschaftlich sehen muss. Das heißt, das sind eben 30 Kinder, die alle nur einen Lehrer haben, in Anführungszeichen. Und das muss man halt, das findet ja alles nicht in luftleeren Raum statt, das kriegen ja eben alle mit. Und da sollte man vielleicht ein bisschen gemeinschaftlicher drauf schauen, das meinte ich. Stimmt es, dass die Noten immer besser werden? Werden die Kinder immer klüger oder werden die Noten großzügiger vergeben? Wir haben ungefähr die zehnfach größere Anzahl wie noch vor zehn Jahren mit dem 1-0-Schnitt. Das nimmt tatsächlich zu. Bei uns war es tatsächlich so, in Bayern, wenn du ein 1-0-Abi hattest, dann hattest du auf jeden Fall keine Freunde und du kamst in die Zeitung. So ungefähr muss man sagen. Heute ist es einfach tatsächlich normal. Ja, es wird ein enormer Druck ausgeübt und sagen auch Lehrer, ich tue mir das einfach gar nicht mehr an. Es gab Grundschullehrer. Aber die Kinder werden nicht per se klüger, also das ist nicht der Grund. Es könnte ja auch sein, dass man... Da müssten wir aber auch das Niveau anpassen. Also wenn die alle klüger werden, dann dürfen wir die nicht berieseln mit etwas, was eben dann nicht mehr passt. Also wenn alle Kinder insgesamt klüger werden, dann muss das Niveau in der Schule angepasst werden und zwar nach oben hin. Also es dürften sich deswegen nicht die Noten ändern. Du, wir waren bei der Generation Alpha, dann kommen wir auch zum Ende des Gesprächs, aber du hattest mir gesagt, die sind ein wenig fortentwickelter in allem, was wir bisher so bei Generation Alpha angedeutet haben. Also wo stehen wir da? Also es wird erst mal, weil wir den ja noch mehr abnehmen, also relativ viele Kinder werden die Grundschule gefahren, die werden da hingebracht. Es gibt immer weniger Räume, wo die Kinder selber bespielen. Und das wird sich natürlich dann später auch auf die Arbeitswelt auswirken. Also wir werden eine noch geringere Frustrationsteueranz haben in manchen Teilen, eine geringere Resilienz in manchen Teilen. Also all diese Dinge, die sehen wir, es ist immer ganz schwer jetzt an die Glaskugel zu schauen, aber die sehen wir, dass das erst mal ein Steigungspotenzial hat, genauso wie die digitale Bespielung. Die findet ja immer noch früher statt und immer intensiver und immer länger. Also wissen wir, all das, was uns jetzt vielleicht bei der Tensie in der einen oder anderen ist, die Eltern an einer oder anderen ist, der stört, wird erst mal in den nächsten fünf, sechs Jahren zunehmen. Da sind wir uns relativ einig. Das war der Generationenforscher Rüdiger Maas, sein neues Buch. Generation arbeitsunfähig erscheint in der kommenden Woche. Mir gefällt an Rüdiger Maas, dass er sich bei niemanden anbiedert. Das heißt, weder die Jungen noch die Alten sind mit seinen Aussagen vermutlich rundum glücklich. Und der Gedanke, dass man an einem Tag tatsächlich bis zu 5000 Mal sein Handy berührt, dieser Gedanke lässt mich bis heute nicht los. Jetzt bleibt mir nur noch Danke zu sagen, und zwar bei Julia Parker, Janne Schakarian und Philipp Fackler für die Hilfe und bei Ihnen bei euch fürs Zuhören. Morena Plus 1 erscheint wieder in der kommenden Woche, und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.